Ja, hier hat sich das Drama abgespielt. Schüsse in der YouTube-Zentrale. Ja, heftig. Der Schütze soll weiblich sein, hat um sich geschossen. Die ganzen YouTube-Mitarbeiter sind evakuiert worden. Es gibt mehrere Verletzte und sogar Tote. Es soll zwei Tote geben. Also, ich verstehe es wirklich nicht. Ich bin fassungslos. Auch ob jetzt die ganzen... Also, ob man da überhaupt jetzt noch... Ob es sich lohnt, weiter Videos. Ich setze das Video einfach rauf, weil ich finde, darüber muss erzählt werden. Ich hoffe, auch Herr Newstime gibt seinen Senf dazu, weil es einfach schlimm ist. Und ich finde auch schlimm, dass es keine Security gibt, die ja für Ordnung sorgt oder den weiblichen Schützen da zu Boden gestreckt hat. Also, ich würde immer bei so einem Gebäude, würde ich immer so mindestens zwei Securities an der Pforte haben, die sofort schießen können. Ja, heftig. Also, Mitarbeiter evakuiert. Schüsse in der YouTube-Zentrale. Unfassbar.